Leute, ich lüge euch gerade nicht an. Ich bin zwar in Minecraft unterwegs. Ich... Ja, es ist halt so Nacht. Ich baue mich ein, ich gehe im Creative Modus. Es kommt immer so eine Musik, die ist einfach nicht normal. Die gibt es in Minecraft nicht. Jetzt gibt es gerade absolut gar keine Musik. Die hat sich nicht sehr normal an. Und dieser Werk sieht auch nicht normal aus. Ich habe da gerade einen Namen gesehen. Leute, guckt mal kurz. Warte, ich wünschte, ich könnte es umdrehen. Dann sieht es doch normal aus, dieser komische Karl da hier. Warte, schon. Keine Musik mehr. Es gibt keine Musik mehr, Leute. Ich weiß nicht, was ist das? Warte, ich bin mal hier ein bisschen weiter am Fliegen. Jetzt höre ich langsam wieder etwas. Jetzt hört sich die Musik ganz nett an. Jetzt hört sich die Musik wieder unnormalwürdig. Gib euch Bescheid. Ihr könnt sie dann anhören. Jetzt hört sich die Musik wieder an. Okay. Es ist halt Nacht. Ähm. Heute sieht das dichter ein bisschen komisch aus. Heute gehe ich mal kurz nach unten. In diese komische Höhle rein. Wie ziemlich merkwürdig aussieht. ich glaube es gibt noch andere sachen als dieser welt als tiere zombie skelette und sowas und mich und ihr wisst genau was ich meine die musik ist wieder verstörend was sie ganz kurz was und quietschen verstörend das ist es kommt verstörend hier safe und anders auf dieser welt ist definitiv anders auf dieser welt hier ist irgendwas anders auf dieser welt leute leute warum ist hier einfach so ein komisches teil am boden das ist ein halb abgebauter ast und ich schwöre ich war dort noch nie ich schwöre es euch Leute ich sehe da gab es Leute was ist das das ist was heute wenn du mir klar was das warte fisch warte warte kurz ich hab ne idee so mal schauen was das ding dazu sagt ok leute dann gehe ich mal wieder um und gehe dann na gut dann gehe ich mal wieder warum brenne ich was passiert hier ah was ist das ich kann nicht schwitten ok ich stehe laufen 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 fuck schneller ich sehe nichts mehr ah wo bin ich reingefallen nein 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 was ist hier das mache ich jetzt ich kann nicht abhauen schnell weg nein nein ich werde festgehalten fuck oh mein gott das mache ich jetzt Leute also ich ich schwöre ich spiele diese kack nie wieder ich bin schon wieder ich schwöre es euch Mensch ich werde diese kacke nie wieder spielen nein 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 ach du Leute ich bin komplett dead das war es für mich für immer ich spiele diese map ich spiele aber jetzt nie wieder minecraft ich habe jetzt которые mich spiele aus ich bin komplett